Bei Geiselnahmen kannst du nicht langsam und systematisch vorgehen. Sobald du den Perimeter durchbrichst, musst du einen heftigen dynamischen Angriff ausführen, um die Geisel aus einem verbarrikadierten Haus zu befreien. Setze Sprengladungen ein, um schnell in das Gebäude einzudringen. Die Unversehrtheit der Geisel hat oberste Priorität. Sprengladung, jegliche Feinde. Viel Glück. Geisel entdeckt. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Geisel entdeckt. 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 Das war's. 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 Das war's.